Der Vorstand ist hier verlangt und ist stolz, dass wir so eine aktive Torabteilung haben. Und wir freuen uns, dass auch wir mit dem Team die Mühe machen, Räder aufzubauen, abzubauen. Ich wünsche euch heute bei dem Torwettkampf viel Spaß und einen Fernkampf. Wir freuen uns, dass wir heute Platz allein mit dem ersten und zweiten Platz, Jahrgang 96. Dann haben wir Saskia Eckhardt. Anzeilen, was glaube ich später nachdenken? Krieg du jeder? Oder? Vorab. Vorab, vielleicht. Und die Ides Kletter. Dann machen wir bei Jahrgang 98 und 97 die drei Tore im ersten, zweiten und dritten Platz. Bei Jahrgang 99 wird schon spannendeile, aber noch die sieben Tore darin. Die Laura Bildmann Die von Gell die Frau Bokkermann die Frau Bokkermann die Frau Bokkermann die Frau Bokkerin die Frau Bokkerin die Frau Bokkerin und die Frau Bokkerin die Frau Bokkerin Dein Landге ist klein, auch gut zusammen. Das ist Jahre 2000 und das ist so toll, dass wir da jetzt mal 50 Gründe waren, die sich in der Natur gekämpft haben. Das ist einmal klar, aber auch nicht mehr. Das ist auch mal egal.